es war einmal Maudadu Hütz'n da, Hütz'n da, Hütz'n da ja Nein, weg! Komm her, komm her, du hast jemanden Discomulator für uns Alter! Ich hab nen Discomulator Okay, rette uns, sonst verbrennen wir Oh Gott! Komm mit, komm mit, komm mit in den Raum, ich tue dich Dario, komm mit Ich kann doch einfach wegkrabbeln, Maudadu Ich bin der Tänk, der würde so zur Info, ne? Man brennt's da hinten Maudadu ist alles angezündet, aah! Warum brennt's da nicht hinten? Er hat mal jemand auf den Discomulator reingemorten Siehst du nicht das Feuer hier? Nein, das ist kein Bug Ich seh's auch, ich seh's auch Ich seh's nicht Olli, wo bist du denn? Oh, Maudie, niemand hört uns zu Oh, jetzt ist's weg! Aber da war echt Feuer Ich höre ich, liebe mich Nein, bin ich breite mich nicht wieder weg Aber man kann sich auch aktivieren Ja, ganz ruhig Oh Gott! Ich bin die ganze Zeit schon hinterher Manu zerlegt einfach alles Hat grad jemanden sterben hören, oder hab ich ja los? Hallo? Das war alles zerstört Maudadu, geh weg Das war das Geräusch Maudadu, geh weg Das war das Geräusch Maudadu, geh weg Nein, geh einfach weg Verdufte Die, 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 ist es nicht Hallo, ich hab gedacht, der Mongo Jetzt muss freundlich sein Sombay, muss freundlich sein Ich dachte, was hab ich jetzt gemacht? Nichts, nichts Sombay, du bist jetzt mein Podi-Technik Bin ich alleine mit zwei Tretern? Hallo? Ich bin's natürlich, Olli Oh nein! Oh nein! Nein! Hast du da geworfen? Nein, ich bin jetzt Scrumble Oh, okay Ich bin so doof, ich hab grad F gedrückt Oh, ich spannen Weil ich wie in Minecraft transzummen wollte mit Optifine Maudadu, bleib's weg 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 Ja, Dario ist es Ich töte Dario Was ist das denn? Was ist das denn hier? Maudadu Nein, ich fänd's so witzig Ey, das war so auffällig, Mann Vor allem, Holly war's nicht, weil er einfach nicht panisch war Er wäre normalerweise richtig ausgerastet Ja, total, ich hätte geschrien und Ende Ich hab gerade einen Traitor gekillt Ich bin Inno und Holly ist es wahrscheinlich nicht Also muss bei euch noch ein Was? Achso Och, Sombay Du hast auf mich geschossen Du warst ein Detektiv? Hä? Okay, jetzt sollen wir töten Ja, wir waren Detektiv Achso, ja stimmt, warum muss ich noch hä? Achso, ja, dann war's begründet, okay Ja, dann kann's der Nomano sein Ja, dann bin ich's wohl, der, der den Traitor gekillt hat Du bist der Traitor, okay, alter, das ist ziemlich aufwendig Wer ist der Mörder, der Detective-Mörder? Oder der Traitor-Mörder? Ich glaub, der Detective-Mörder ist Inno Ja Denn der hat er ja gut begründet Oh, hier liegt ne Leiche, hier liegt ne Leiche Hier ist überall Blut, Hilfe Oh, oh, dann bist du wohl bei ihm Warte, ah Au Ja Ich fand's so witzig, die Tür zu öffnen, während ihr daneben stand Ey, was hast du da rausgebracht, Sombay Du sagst, warum hast du mich umgebracht? Ich stell mich da hin, du sagst Robo aus und sag, ich bin freundlich Und dann, er ist im Traitor-Shop, tötet ihn Das war einfach, du bist mir am Anfang begegnet, wolltest mir deine Schrotflinte anbreden und da hatte ich so ein bisschen schlecht, Tony Ah, du meintest, ich bin Traitor, dann hab ich gedacht, gebe ich dir meine Waffe, um zu beweisen, aber Und dann standest du ja neben mir, die ganze Zeit standest du still, und da dachte ich Ja, hast du falsch gedacht, du hast einen Inno getötet, als Detektives, sowas, sowas Sowas macht man nicht, sowas machen wir auch nicht, das machen nur schlechte Detektives Ja, ich bin ein schlechter Detektiv Ja, ich bin ein schlechter Detektiv Sag doch sowas nicht Du musst doch hier die Snape Ich schnippere Ich schnippere, der würde ich schnippere, joo, komm schwimmen Ne, der Pool raucht schon wieder Ihr wollt schwimmen? Oh Alter Hör auf zu rauchen, das ist ungesund Dieser Pool ist so verantwortungslos Ja Tötet Glas Und das noch von den Zuschauern Tötet Glas Tötet 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 Ich geh' bei Seite Tötet Warum? Tötet Ellen Zomil Ich will wieder rutschen Hallo Und saufweise Ich bin weg Ich bin gar nicht da Hör auf Gn proteins inform spielt Weil ich den Schwimmer tr Bank Mir schlecht Sigm跟你 und bitte Welche Blah Will Komm j Also ich schwimme mal ganz gerne Du weißt nicht wo ich bin Holli wo bist du? Ich bin hier in der Mitte irgendwo Also bei der Ruhe und hinter mir wurde geschossen Komm rüber Oh mein Gott Ich komme zu dir Holli halt durch okay Komm schon Ich bin jetzt verliert man Let's play Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich bin gerade im Wasser Achso Okay sehr gut hier unter der Brücke Okay Ist es die Brücke? Ich sehe gar nichts Ah okay Wer ist das? Ah okay Also ich bin gleich bei der Rutsche oben Also ich glaub also Osaft war da hinten Geh nicht zur Rutsche das ist ein Traitor Test Ja ja man darf nicht rutschen eigentlich Oh Gott Ach das ist echt ein Traitor Test? Ja Osaft Ich bin da durchgerutscht Bin ich jetzt raus? Ja Osaft ist tot Nein Osaft Im nächsten Mal darfst du wieder mitmachen LOL Osaft Wer hat dich denn getotet? Alter dann Manu ist es Nein ich bin es echt nicht Ich hab Beweise Osaft Er hat ihn nicht getotet Nein ist er nicht Oh doch hier liegt er seine Leiche Wester Wester Mann Zupf all Ja er tötet Manu Nein ich bin Inno Und Holly ist auch Traitor hab ich gehört Was? Holly ist Traitor warum? Ja Keine Ahnung Keine Ahnung ich hab das gerade so angeguckt Ich seh Manu nach Mit meiner Sniper ja super Ok ok Ich bin es echt nicht gewesen Er guckt Er ist Traitor Warum sollt ihr? Holly Sitz Ja Hier Ich sagte Sitz Nicht wirfst deine Waffe weg Böser Hund Au Au Hal Jetzt wollte ich anzünden Wieso willst du mich anzünden? Ja, ich hab gedacht, du freust dich, wenn du mal angezündet... Nein, 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 nein! Ja, Manu, er ist bei den Umkleidekabinen. Manu ist bei den Umkleidekabinen. Auf Mordado Tsai. Yes, die Feuerwehr kommt. Ja, Manu, was machst du jetzt? Bleibst du jetzt in dieser Umkleidekabine? Hey, das ist meine Skorpus. Okay, ich hab ne Idee, ich kaufe mir die Binokulars und halte Aussicht. Ja, klar. Siehst du die Löcher? Ja, klar. Cool, oder? Nee, warum? Die Luft ist rein, Zombie. Geh rechts, geh nach rechts. Da ist der irgendwo, pass auf. Er ist ganz hinten in der Reihe. Ich seh ihn nicht. Zornbär, ich hab dir vertraut. Ich hab gedacht, dass du es schaffst. Delay, guck mal, ich seh dich mit meinen Fernumkleidern. Ja, der ist da hinten bei den Umkleidekabinen. Ja, guck, ich seh dich. Ich geh doch jetzt nicht dahin. Zu dir. Du musst ihn im Blick behalten. Er ist der böse Mann. Irgendwie Delay, glaub ich, dass du der böse Mann bist. Alter, jetzt ernsthaft, willst du mich verarschen? Ja, klar. Du schickst, obwohl Zombie ist tot, oder? Ja, und Manu hat schon 80 Mal gesagt, der ist da hinten. Ich bin's echt nicht. Oh mein Gott, der muss sich noch gerade töten. Ich hab ihn gleich. Da ist er. Ich wollte dir nur mein Fernglas geben. Oh, Gott sei Dank. Alter, Leute. Oh mein Gott. Nimm das Fernglas. Nimm das Fernglas. Damit kannst du Delay sehen. Hat Mordato beim Sterben Toilettenpapier verloren? Ja, das ist das Fernglas. Ja, das ist das Fernglas. Nimm das Fernglas. Ey, du schießt gerade einen Detektiv an. Ja, weiß ich auch nicht, warum ich das mache. Manchmal bin ich ein bisschen hängen geblieben. Ja, zünde alles an. Das Fernglas kaputt gemacht, ich hasse dich. Hab ich? Ich kann so oft töten können eigentlich und ich bin zu schlecht dafür. Ach, da hinten liegt's. Manu? Hä? Bist du? Weiß ich auch nicht. Kannst du mal von da oben runter kommen? Wie langweilig bist du denn bitte? Ja, ohne Kack. Ich hab 6 HP. Keine Sniper. Was soll ich denn machen? Soll ich jetzt in dich reinrennen? Wie langweilig ist das denn? Ja. Genau das sollst du machen. Okay. Komm her, Manu. Okay. Ich komm. Das ist immer gut. Das ist immer gut. Wenn man kommt. War das etwa dein C4? Oder war das eher C5? Aha. Bind ich? Ja, ja. Ehrlich auch. Ja, wie behindert du bist, Mann. Hey, ich hab doch auch einfach an dich reingerannt, ja? Ja. Das war wenigstens witzig. Ja, Manu. Für dich. Am Anfang. Ja, eigentlich wollte ich mich nur mit einem Fernkläser hoch zu Delay stellen und schauen, aber dann hab ich mir überlegt, ich geh doch hin. Ja. Oh, du schwimmst. Du bist eine Meerjungfrau. Was macht das Messer als Traitor? Support? Instacill? Nein. Nicht? Nö. Nö, nur den Rücken glaub ich, macht's eventuell in Sekunden. Ich hab's schon ein paar Mal ausgebitten und hat's nicht wirklich gut funkoniert. gutiert wohl das nach oben mehr so so das schwimmt einfach irgendjemand an land die die mehr genau so hübsch wie Kedos immer noch hat er gerade in das Wasser geschossen das ist ja gut, hey, die Lade, dann kann ich ja aus dir jetzt auch so ne Meerjungfrau machen ja, super ich bin Detective wow, ich bin endlich mal inner geworden Leute ich bin jetzt inno, töte mich, komm bin jetzt inno geschlagen du hast auch nach mir geschossen ich hab die aber nicht getroffen du hast nach mir geschossen ich hab hinter mir einen Schuss gehört ja und, weißt du noch lange nicht, dass ich abballern wollte ist jetzt jemand verletzt ist das jemand verletzt du kommst da irgendwie angeschwommen geh weg ja, sorry ich bin ja dein Fisch wird er geschossen die Idee okay du hast auch einen Schuss gehört ja, ich auch Maschinengewehr ich mir sowas nicht ein, Osaft, okay wenn du mich suchst ich bin in meiner Reaktion war da schon wieder, ne da brennt Osaft hä hä du bist hier Idioten Mordado, Holly Holly war es okay Holly ist Traitor er ist Detective ne Osaft, ich bin hinter dir aber ich bin nicht Traitor wir nehmen jetzt noch alle, oder ist schon einer du bist ein Traitor scharf, Mordado nicht ja, Zomei lebt noch und er ist noch Traitor der hat mich doch nie angeballert ich bin richtig nervös, Ladies and Gentlemen das ist mal neu hä, ich bin voll hier gelaufen ich hab nicht mal gesehen, wo du hingeschossen hast ich hab nur einen Schuss hinter mir gehört in meine Richtung wenn du in meine Richtung schießt wenn ich nicht hingucke ah ok, Holly wo ist der denn? hier drüben ist einer, hier drüben ist einer Zombie er hat Karte was gekauft Osaft, ich hab nur einen Kaufer ich bin nicht im Traitor Mordado ich bin nicht im Traitor Mordado Mordado, geh aus dem Traitor Shop wie du dich freust ich bin nicht im Traitor hä? was ist denn jetzt passiert? ne Bombe ich bin mir geleckt aber ich leb noch ist alles ok Leute ach sauber Alter, explodiert denn hier alles ja Mordado, geh schon mal aus dem Traitor Shop ich weiß nicht wer hier war ich bin nicht im Traitor Shop eigentlich sind hier alle vorbeigelaufen das muss jeder sein ah, Delay, geh weg wo bist du denn? ist Delay auch im Traitor Shop? soll ich auf Delay schießen? nein Mordado, geh einfach weg geh weg da oben Mordado, geh da oben weg dann kann ich wer ist da? Zombie klettere, guck mal ich bin ein Kletterer Mordado, geh ich glaub Mordado ist Traitor ganz ehrlich der zielt da oben warum nicht? ich ziele nicht ich renne hier die ganze Zeit nur rum wir Mordado macht das Gas an Mordado ist da oben Mordado ist da oben genau über dir Mordado lass mal wie die coolen Kids hier auch da oben gehen was sagst du zu deiner Verteidigung ne? ok Mordado ist hundertprozentig kein Traitor er kann das Gas nicht anmachen ok aber Mordado ist da oben und zielt auf mich ich ziele doch nicht mal in deine Richtung ja wer kann das Gas nicht anmachen also kann da kein Traitor sein und da hinten ist Delay was machst du eigentlich die ganze Zeit bei mir? Alter wir sind die ganze Zeit hier oh da hinten kommt Manu ich muss weiterlaufen sonst kommt dann mir noch zu nah ich muss weiterlaufen sonst würde ich mich machen ja weil ich Angst hab aus Furcht hey Dario ich würde ihn direkt erschießen einfach einfach zack und nicht mal Mitleid haben einfach direkt erschießen einfach direkt erschießen du gehst weg du Traitor jetzt geh auch wenn du Detective bist oh Gott ah da schießt jemand von oben ja ich schieß auf Usaft ernsthaft warum tust du das? closed pools was war? wer? ich bin gerade bei den pools jetzt hab ich Angst Mordado hat mich geschossen nein nein das ist da hinten irgendwo der Knopf ist da irgendwo wieso hast du geschossen? ich hab auf Usaft geschossen weil er mich die ganze Zeit beschuldigt und ich bin immer ja Pool rette mich von Manu wenn du auf mich schießt das war davor ach das ist Holly ich hab gedacht du wärst Usaft nein nein das wollte ich nicht nein du hast auch Usaft einfach so abgeknallt der lebt doch noch der lebt doch noch ja ich weiß trotzdem jetzt hat den weh getan stirbt man auch wenn man hier äh drin ist aber das find ich richtig krass ja wenn man trinken heißt ne hä was was denn ok dann geh ich jetzt ab sofort nicht mehr in die Poolse ich hab mich verarscht eben als er gesagt hat man könnte sterben wenn man im Wasser ist hä man kann auch man kann auch das Wasser aufdrehen dass es so 100 Grad heiß ist dann stirbt man auch wo kann man das denn machen? ah nein Warno kommt mir zu nah nein das ist jenst interessant das ist jenst interessant leben eigentlich noch alle ja oh da ja delay ja krass ausgetext haa geh weg alter holly nein holly schieß auf mich nein 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 ja hier 50 Sekunden noch macht was wir haben keine Mordatou ist es na komm schon und mach was ich bin noch für Zombie ich bin Inno der hat mich doch nicht ich seit Mordatou ist es Mordatou ist es Mordatou ist es Mordatou hab Mordatou alles klar er überprüft Zombie ne ok was ist der Terror Kok ich hab dir vertraut Ich hab's gesagt ich hab's gesagt naa Moment mal vielleicht arbeitet ihr aber zusammen dann ist Delay der andere warum Warum hätte Modado mich sonst anschießen sollen? Er hofft mich anzuvisieren, er hofft mich anzuvisieren. Ja, ich bin eh nur, Modado hat mich doch angeschossen. Okay, ja, 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 aber vielleicht... Ja, nimm die Knarre aus meinem Gesicht. D-Day ist der andere. Guckt! Die, die mich die ganze Zeit töten wollten. Ich bin's nicht. Wer ist da? Okay, Zombie ist es auf jeden Fall nicht. Ja, D-Day ist das... Nein! Okay, wer war's jetzt? Warum D-Day war's? Warum habt ihr mich angeschossen? Ach so! Nein. Warum warst du D-Day? Ich hab mir auch groß auf Instan-Headshot gegeben, als ich ihn schießen gesehen hab. Ich hab, ich hab, ich hab mich, ich hab die einmal angeschossen aus dem Grund, dass du hinter mir geschossen hast, wenn ich die nicht gesehen hab. Das war aber schon mein wahrer Grund. Oh Gott. Ich war doch eigentlich proven, weil Modado mich angeschossen hat. Naja. Hätt ich, glaub ich, auch als Trader angeschossen. Aber dann hättest du nicht gesagt, dass ich immer bin. Äh, als Trader bin. War schon schlau, war schon schlau. Weil du einfach so sinnlos beschuldigt hast, ich hab nur geguckt. Das stimmt echt. Du hast die ganze Zeit auf mich gezielt, Modado. Du hast die ganze Zeit auf mich gezielt, Modado. Dein Leben ist komplett sinnlos. Die ganze Zeit hab ich wirklich nicht. Das würd ich dann auch sagen, Modado. Nein, hab ich wirklich nicht. Weil ich auch in der unwissigeren Position war, musste ich doch irgendwas tun. Warum planschst du da auch in dem Pool und besperrst dich dann auch noch? Er planscht halt gerne, lass ihn doch, ey. Ja, lass ich hier. Ja. Ja.